Unterricht im Klassenzimmer. Für wenige Wochen möglich. Mit der Notbremse müssen nun die meisten Schulen wieder schließen. Schüler, Lehrer und Eltern stöhnen. Der Schulstoff ist kaum zu schaffen und Wissenslücken unübersehbar. Ist das Lockdown-Schuljahr zu retten? Und wenn ja, wie? Wir suchen Antworten unter anderem mit Kultusminister Christian Piwarz. Am Montag bei Fakt ist um 22.10 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020